Es wird eine ganz besondere Folge. Es ist eine Folge, die sich um einen meiner allerbesten Freunde dreht. Daniel Weichel, Legende, der Last Samurai hier aus Deutschland. Ich habe ihm extrem viel zu verdanken und wie das Ganze überhaupt angefangen hat, erfahrt ihr in dieser Folge. Wir sind jetzt hier an einem besonderen Ort. Ich glaube, hier habt ihr euch das erste Mal gesehen, oder nicht? Ich habe ihn hier das erste Mal gesehen. Hassan Hanouri hat hier eine Modenschau gemacht. Ja, es war eine Modenschau, oder? Nein, ich weiß es gar nicht. Naja, Daniel weiß es nicht mehr. Meine Ex-Freundin war ich auf jeden Fall hier im Velvet-Club. Da habe ich Daniel Weichel das erste Mal live gesehen. Und ich war, ich weiß nicht, meine Ex-Freundin hat mich so, ey, da ist Daniel Weichel, krass. Wir waren mit Christian dort. Christian hatte einen Sportanzug an mit Team Weichel drauf. Ich weiß alles ganz genau. Ich war richtig geflasht davon, dass ich Daniel endlich mal live gesehen habe. Meine Ex-Freundin hat natürlich gar keinen Bezug dazu gehabt, für die war das nicht wichtig. Jedenfalls war das das erste Mal, wo ich Daniel gesehen habe. Und ich habe mich richtig gefreut und dachte mir einfach nur, krass, jetzt sieht man eines der Idole mal wirklich live. Welches Jahr war das? Kurz vor Eröffnung vom NMA Spirit gewesen sein. 2009. 2009 kommt hin. Vom Dorf in die Großstadt. Er hat gerade gesagt, du bist so faszinierter Hof. Letztens, als wir im Odenwald waren, sagt Max, ey, das war schon ein bisschen spooky irgendwie. Da sind so Tiere im Wald und ständig hörst du Geräusche. Das ist für so ein Kind aus der Stadt. Er hat halt andere Geräusche nach Wildschweine, die dich nachts grüßen. Keine Junkies, je nach Reihen. Das passt eigentlich schon ganz gut zum nächsten Thema. Und zwar, ihr habt ja schon ein sehr unterschiedliches Leben gelebt. Bevor ihr euch kennengelernt habt, lebt es immer noch. Aber ihr seid ziemlich gute Freunde. Wo, glaubt ihr, ist da der Schnittpunkt entstanden? Der Schnittpunkt ist einfach die Liebe zu dem Sport. MMA in dem Fall. Vor allem Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu. Eben, wollte ich gerade sagen, das Jiu-Jitsu ist ja bei mir auch das Erste, was bei mir absolute Faszination ausgelöst hat. Und ich denke, bei dir auch. Christian hat damals ab und an bei mir im Raum trainiert. Ein paar Mal. Und ich immer so, ey, kannst du mich mal mitnehmen zum Daniel? Weil ich ja so, ja, muss mal fragen. Du musst dann fragen, ob das geht. Ich so, ey, bitte fragt immer. Ich würde voll gerne kommen. Alter, in Odenwald, in der Halle, wo nichts war. Man muss dazu sagen, ich habe mit Kampfsport angefangen. Also mit MMA und mit Jiu-Jitsu. Und dann hast du natürlich im Internet immer Sachen gesucht. Technik gesucht. Das ist nicht wie heute. Da gab es das nicht mit Social Media. Du hast Internetseiten gehabt und hast immer nach Updates geschaut. Und überall ging es um damals Daniel Junior Weichel. Und ich weiß noch, das eine Bild von dir, wo du mit deiner Walletudo-Shorts in Japan direkt in den Kampf irgendwo oder so reinspringst. Das war krass. Ich dachte mir, ey, wie kann man mit, wie alt warst du, 18, 19? Kann man so viel Eier haben, in ein anderes Land zu gehen und MMA zu kämpfen? Krass. Deswegen, ich hatte für ihn nichts mehr wie Respekt. Daniel, wir sind ja gerade hier in Frankfurt. Dass die Stadt Frankfurt für Max eine große Bedeutung hat, ist klar. Aber welche Bedeutung hat die Stadt Frankfurt für dich? Frankfurt hat erst eine Bedeutung für mich bekommen durch das MMA Spirit. Mit dem MMA Spirit war natürlich so der Grundstein für professionelle Vorbereitungen, Wettkämpfe und so gelegt. Aber zudem sind daraus ja Freundschaften entstanden, die Karriere. Das ist das, was dann heute geworden ist. Eine spezielle Stadt mit einer Geschichte von über 13 Jahren aus meinem Leben. Daniel, du hast es eben gerade angesprochen. Die Verbindung zu der Stadt Frankfurt kam erst durch das MMA Spirit. Mittlerweile seid ihr zwei Legenden des deutschen MMA Sports. Aber wer hat eigentlich wen im Sparring öfter angeklingelt? Angeklingelt? Roller Escape? Ich weiß nicht, dass Max mir einmal das Auge fast ausgetreten hat. Wir hatten mal so eine harte Sparringsphase. Dann ging es nur noch um, wer pusht wen. Ich habe dich einmal richtig hart getroffen. Und eine Woche später hast du mich richtig hart getroffen. Da bin ich auch runter. Danced. Also ich würde sagen, die Quote. Ich habe das niemals. Ich habe jeden Einzel gezählt. Ich kann ja auch nicht viele. Deshalb brauchst du nicht viel lange zählen. Ich habe irgendwann aufgehört. Wer hat mehr Submissions geholt über die Jahre? Ja, das ist mein Demosis. In der Kamera gab es gerade eine Diskussion darüber, wie oft wer wen wirklich submitted hat. Hey, wer hat mich tausendmal mehr submitted, gar keine Frage. Aber das ist meine Beginnertechnik gewesen. Ich habe bei Buzz Routen eine Technik gesehen. Die habe ich kopiert und habe die dann immer auf Turnieren gemacht. Und die hat hervorragend funktioniert. Der Gauss. Und damit... Die einzige Frage, habe ich getappt? Ich war sozialisch, ich habe sich ever panisch. Du warst panisch. Ich habe dich erlöst vom Tappen. Du musst es wissen, so gut kennst du den Boden. Das ist eben ein Träumer. Kurz davor ist halt auch nicht getappt. Und die darf man auch nicht. Billigste Technik. Und der sagt, darf man die auch nicht zählen. Die werden nicht gezählt. Ja, mit der billigsten Technik. Christian habe ich auch damit mal gekriegt. Christian habe ich auch mal damit gekriegt. Aber mich nicht. Eine Ewigkeit später. Es war meine Gnade, die dich verschont hat an diesem Tag. Es gibt keine Gnade. Ich hätte ja tappen können. Ey, das ist wie diese Abi-Dinges gewesen. So ey, das ist Daniel. Das ist respektlos mit der billigsten Technik. Und du gehst zu dich zu tappen. Ich sage, wenn du... Schwitzkastentechnik. Hillhook. Hillhook. Brauchst du gar nicht ziehen. Ich tapp einfach so und sage, ja, okay, da passiert was. Aber das war nichts. Der Flusskrebssalat sieht ein bisschen aus wie Diät essen. Du bist ja jetzt retired und musst kein Gewicht mehr machen. Aber was ist so die härteste Story vom Abkochen, die dir jetzt so einfällt? Ich muss sagen, so die ersten Weightcuts auf 66 Kilo waren schon auf jeden Fall knackig. Was war dein erster? Bellator Tournee? Ja. Bellator Tournee war das erste Mal Weightcut. Das war das erste Weightcut. Der erste war nicht mal der schlimmste, obwohl es da auch Schwierigkeiten gab. Die Sauna war nicht heiß und ja, war schwierig. Aber da war ich im Vorfeld, war ich weiter unten. Das zweite Mal war einfach nur vier Wochen später. Nach dem ersten Cut habe ich auch viel gegessen. Aber ich habe noch mehr gegessen nach dem zweiten Weightcut. Und dann war ich, glaube ich, schon so auf 77, 5 oder so. Und wusste, ich muss in fünf Wochen wieder auf 66 Kilo kommen. Das war, glaube ich, mit der härtesten. Gegen Madnesset? Gegen Desmond Green. Danach fing es erst an, dass ich mich wirklich noch konkreter mit den Weightcuts auseinandergesetzt habe. Mit der Ernährung, Gewicht machen und so weiter. Das wurde danach erst richtig gut. Also man muss sagen, Daniel hört schon mittlerweile sehr offen für Musik. Davor war das aber nicht so. Chartbreaker, Radiohits. Ja, du hast Radio gehört. Das Radio. Kein Entwegen, ich nehme es gerne an. Genauso war dein Filmgeschmack. Niemals. Absolut. Niemals. Der kannte zwei Filme, die ich nicht kannte und das war's. Welche Filme waren das? Was hast du mir gezeigt? Welche hast du mir gezeigt? Das Ding ist... Raging Bull hat mir jetzt kommt. Genau, ich habe ihm einen Film gezeigt. Der kommt immer mit Raging Bull. Der guckt nicht mal diesen Klassiker an. Nein, Raging Bull ist ein guter Klassiker. Kann man nichts sagen. Das weiß ich nicht. Hast du ihn ja nicht mal gesehen? Der hat die DVD einfach jahrelang zu Hause gehabt und nicht geguckt. Nur mal zum Verständnis, wo sind wir jetzt hier eigentlich gerade? Der Dompteur ist frisch ins Haus gezogen. Und hier, da seht ihr zum Beispiel sein Telefon. Unter dem man ihn da halten kann. Das sind alles Zeichen für Dompteur. Und der Dompteur hat immer Essen bei sich zu Hause. Und wir sind jetzt auf der Suche nach... Oh, Alter! Wenn ihr zwischendurch Hunger habt, keinen Scheiß essen wollt. Etwas, das wirklich nahrhaft ist und Energie gibt. Besonders natürlich auch in dem Fall vor einem Workout. Der neue ESN Designer Oat Bar. Frisch egal. Schmeckt sehr lecker. Und mit Code Koga erhaltet ihr maximale Rabatte. Ja, vorhin schon kam es auf, dass ihr euch kennengelernt habt durch Spirit. Aber nur weil man sich kennt, ist man ja nicht automatisch miteinander befreundet. Was hat dazu geführt, dass ihr Freunde geworden seid? Eigentlich war es die Vorbereitung zu diesem Kampf. Daniel Weichel gegen Juri Iflev 2011 bei M1 Global. Wir kannten uns ja vorher schon im Prinzip vom normalen Training. Aber das war ein Kampf. Ich glaube, ich habe den in den 12 Tagen, 12 Tage vorm Kampf, angenommen. Ja, ich habe jemanden gebraucht, mit dem ich arbeiten kann. Und mit dem ich Gewicht machen kann. Im Prinzip bis zu dem Kampf hin. Max war der Einzige, der verfügbar war sozusagen. Ich habe jeden Tag bis zum Kampf von dem Tag an trainiert. Ich habe mich angerufen. Ich habe gesagt, ey, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche jemanden, der mit mir jetzt noch bis zum Kampf trainiert. Jedenfalls, wir haben uns im Gym gesehen, hast du gesagt, ey, wie sieht es aus? Und ich habe gesagt, ey, ich bin auf jeden Fall direkt am Start. Und so fing das an. Wir haben losgelegt, haben trainiert. Es war für mich brutal, weil ich habe mir selber gesagt, ey, du hast jetzt die Chance, mit Daniel richtig krass zu trainieren. Dieses letzte Stückchen Feinschliff machst du jetzt nochmal mit. Ich habe nur gelernt. Ich habe dann immer in meinen Notizblock reingeschrieben, was ich trainiert habe. Auch ab das einfach wieder unten. Ich weiß noch genau, was wir getreten haben. Pendel, 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 pendel. Man muss ja sagen, zu dem Zeitpunkt gab es ja auch das Pro-Team nicht so in der Form, wie es das heute gab. Wie gesagt, wir haben eigentlich nur individuelle Einheiten dann gemacht zum Kampfen. Wir haben es getroffen, sind die Dinger durchgegangen, die ich gebraucht habe für den Kampf. Wobei, ehrlich gesagt, war ich ein bisschen verzweifelt auf den Kampfen. Ich dachte, ey, natürlich war es eine Chance, kurzfristig so einen Kampf anzunehmen gegen so einen damals so gerankten und stehenden Gegner mit so einem Namen. Wie gesagt, er hat, glaube ich, fünf oder sechs Siege in Folge durch K.O. Mini Fedor, wurde er auch genannt. Um ehrlich zu sein, wusste ich vor dem Kampf nicht, wie ich den besiegen soll. Ich bin da rein, habe eigentlich gedacht, okay, keine Ahnung, wie ich das anstelle. Ich werde alles geben und ey, der muss mich kaputt machen, um einen Sieg zu kriegen. Wir saßen alle beim sehr guten Front von Millenny. Die ganze Crew haben diesen Kampf live mit angeschaut und sind durchgekriegt. Denn Daniel hat, das war 103, glaube ich, durch Abbruch, durch Cut, einen riesigen Cut, durch den Kniestoß verursacht, hat er den Kampf gewonnen. Da haben uns natürlich alle sehr gefreut. Nach dem Kampf hat im Prinzip meine Zeit bei M1 angefangen, wo dann der Run zum Titel im Prinzip losging. Bis zum Titelgewinnen hin vor 20.000 Zuschauern. Leute, M1 Global war zu einem Zeitpunkt so krass, eines der Maximum der Dinge hier auf dieser Welt, aus Russland eine Organisation. Ich meine, ihr wisst alle, die von da drüben sind, alles harte Brocken. Er war wieder mal der Typ, der Koronis hatte und da als erstes aufgeräumt hat, bis zum Titel. Du hast dir den Titel gesichert bei M1, aber bist dann eine relativ kurze Zeit danach zu Bellator gewechselt. Wie kam es eigentlich zu der Entscheidung? Ich weiß noch genau, ich war damals mit Wils in Brasilien gewesen, weil wir Kämpferinnen betreut hatten. Und dass wir das Gespräch hatten, es ging um Bellator der UFC. Und damals hatte Bellator schon dieses Turnierformat mit dem 100.000 Dollar Turnier, drei Kämpfe. Wenn man die gewinnt, anschließend direkt einen Titelkampf. Und ich weiß noch, dass ich zu Nils gesagt habe, ich finde dieses Format geil. Du kämpfst in kurzer Zeit relativ oft und hast dann quasi direkt die Chance auf den Titel. Das war einfach für mich viel zu kämpfen und dann direkt ein klares Ziel in Aussicht zu haben. Das war für mich quasi die Entscheidung, warum ich Bellator zu dem Zeitpunkt bevorzugt habe. Okay, du bist dann zu Bellator gegangen. Du warst ja sehr lange bei Bellator. Also kannst du deine Zeit bei Bellator zusammenfassen? Ja, im Prinzip. Der Anfang war das Turnier. Drei Kämpfe in Folge, was schon einfach eine harte, intensive Zeit war, relativ kurz hintereinander, in drei, dreieinhalb Monaten, die dreimal zu kämpfen. Dann war der Titelträger verletzt. Damals, ich glaube, Daniel Strauss war verletzt gewesen. Und der Titelkampf konnte somit nicht direkt nach dem Turnier stattfinden. Also habe ich gegen Pep Curran, ehemaligen Titelträger, in der Zwischenzeit gekämpft. Konnte den Kampf auch gewinnen, hatte also vier Siege in Folge. Und dann kam der erste Titelkampf gegen Pitbull. Das ist so ein Highlight-Break im Prinzip in der Zeit bei Bellator. Weil ja, im Prinzip lief alles perfekt. Vom ersten Kampf bei Bellator bis zur zweiten Runde gegen Pitbull. Ich habe Pitbull in der ersten Runde, ist alles gut gelaufen. Ich habe ihn hart getroffen gegen Ende der ersten Runde. War im Prinzip daran, diesen Kampf zu beenden. Dem Gong war im Prinzip die Runde vorbei, von der ersten Runde. Und ich habe ihn hart, habe ihm gut wehgetan. War angeklingelt. Und ich bin, ja, zu übermütig in die zweite Runde gegangen. Hab im Prinzip alles über den Haufen geworfen, von der Ecke, vom Gameplan. Und hab den Preis dafür gezahlt mit dem linken Haken, rechten Kader, linker Haken. Und hab dann meine erste Niederlage bei Bellator im Prinzip bekommen. Das war so der erste Break. Danach ging der zweite Run los auf den Titel. Hab direkt vier Siege wieder in Folge eingefahren. Dann kam der zweite Titelkampf in Rom. Ein sehr spezielles Event. So meine Erinnerung, in Rom, Open Air. Auch richtig geil. In seiner Kulisse. Ich war da in seiner Ecke. Hat es mit einer Split-Decision leider nicht gelangt. Ein Punktrichter hat die eine Runde, die dritte Runde, glaube ich, war es Pitbull gegeben. Dadurch hat es nicht gelangt. Eigentlich hat ein Takedown hätte gefehlt. Ein Takedown. Eine Aktion, ein Ding, ja. So war es. Dann danach kam noch ein Halbisar weiter bis heute. Dann ging das Turnier los mit St. Rogers in L.A. Was auch nochmal auf jeden Fall speziell war. Und Bellator, die Zeit bei Bellator, hat schon viele Highlights gehabt auf jeden Fall. Während du gegen die Besten der Welt gekämpft hast bei Bellator, hat natürlich Max sich auch eine Karriere als Kämpfer aufgebaut. Wie, würdest du sagen, hat Daniel dich in dieser Zeit beeinflusst? Ganz klar war Daniel so der Maßstab. Daniel hat gegen die Besten der Welt gekämpft. Den größten Organisationen der Welt. Und das heißt, wenn du mit Daniel im Training klarkommst, wenn du ihn handeln kannst, wenn du das lernst, bedeutet es im Umkehrschluss, dass du auch Weltklasse sein musst. Also war für mich das Ziel immer, der Sieg Daniel, der Sieg ihn. Das hat einfach dafür gesorgt, wie so ein Pingpong-Effekt. Ich pushe ihn mit dem, was ich habe, er pusht mich mit dem, was ich habe. Und so versuchst du von Woche zu Woche, von Einheit zu Einheit, deinen härtesten Gegner zu besiegen. Den besten. Damit du auch weißt, ey, wenn du es im Training schaffst, kannst du es auch draußen auf der großen Bühne schaffen. Und deswegen, Daniel hat mir diesen Leitfaden gegeben, er hat mir diese Struktur gegeben und zusätzlich sind wir einfach über die Jahre so eng befreundet gewesen, dass man wirklich alles miteinander abgesprochen hat. Ey, ich bin nicht in Urlaub gefahren, wenn er eine Vorbereitung hatte. Oder umgekehrt, er war immer da, wenn ich eine Vorbereitung hatte. Und wir hatten einfach auch Phasen, wo wir ein ganzes Jahr lang durchgängig im Training waren. Ich denke, das zeigt einfach, was wir für Freunde oder was wir für diesen Sport und für diese Freundschaft gerne geleistet haben werden. Beziehungsweise auch was aus dem Sport heraus entstehen kann. Ich meine, ja, so wie die Freundschaft ist, durch den Sport im Prinzip entstanden. Ja, das ist ganz so geschickt, weil man diesen Sportweg, weil man da weiterkommen wollte. Und dann, Max hat mich ja genauso gepusht in dem Sinne. Ich glaube, es gibt keinen Trainingspartner, der so an meinen Vorbereitungen beteiligt war wie Max. Du über die ganze Laufzeit hinweg. Es ist ja auch so, jeder Profi kennt das. Oder auch generell. Du gehst auf die Matte und du guckst, wer ist da? Wer ist da? Wo ist dein Partner? Und wenn zufällig dein Partner einer deiner besten Freunde ist, dann ist es. Er ist der beste im Training einer deiner besten Freunde. Ganz klarer Fall. Deswegen, Uali hat uns ja auch, auch Nils, die haben uns schon manchmal auch ganz gerne getrennt. Was auch wieder gut war, weil wir mal so einen kleinen Break hatten, haben wir neue Sachen zum Ausprobieren, neue Sachen entwickelt, neue Techniken, die wir dann natürlich getestet haben. Amanda. Was natürlich auch extrem entscheidend war, war jemand wie Max jetzt an der Seite zu haben, vor allem wenn es auch durch die Höhen und Tiefen vor allem ging in diesem Sport. Die Kluft meiner Meinung nach ist in wenigen Sportarten so krass wie im MMA. Wenn du gewinnst, Highlight, Finish, boom, alle wollen es sehen, alle wollen dir gratulieren, du verlierst. Du stehst ja nicht alleine da, aber dann siehst du, wer von dem harten Kern im Prinzip da ist, im Prinzip dich wieder aufbaut, dich wieder mitzieht, motiviert ist, die Energie wieder reinwirft und dir hilft dann wieder weiter zu gehen. Ich finde, da war ich gerade mal durch die Mangel jetzt. Können wir ja sehen. Hast du Rollerskater dabei? Wir behalten uns gleich auf unserer Lieblingssprache. Beherrschst du ihn eigentlich noch? Jetzt gucken wir mal, wie lange du durchhältst. GiantN年的 Verbreiten immer nicht richtig Lahm, wo warumATE Hier wieder sind sie